was geht ab youtube und herzlich willkommen zu einer neuen folge hierbei zu fahren mit einer salzsorge geschichte von stefan schmidt ja wir sind wieder in einer neuen aufnahmesession ich war der letzten aufnahmesession freitag nicht dabei da ich nämlich bei einem konzert war und ja ich bin gerade von einer fortbildung für drescher arbeiten mit gps wieder gekommen muss verstellen gps ist doch nicht mein ding und da der fritz keine zeit hat da bin ich eben im bus gefahren und schauen jetzt mal was hier so bei uns auf dem hof abgeht malzeit was ist denn hier los an unserem schönen traktor an dem traktor ist nix los aber irgendetwas passt hier mit dem ach so warte mal muss hier auch immer zuerst runter lassen die kurbel wenn ab machen aber du hast recht da blockiert irgendwas also wd 40 hier ja ist in der werkstatt stefan geht schon wenn es mit wd 40 nicht geht dann müssen wir ihn zur garage bringen also aber normalerweise müsste wd 40 50 prozent aller probleme lösen dafür ist wd 40 star weißt du was wd 40 ist wd 40 50 prozent einer seite du blick hast du eingeschmiert ja warte schaue mit dem hammer gegen 23 versuchen wir nochmal ab zu kuppeln ja die oben die die haltung um dies hat glaube ich einen weg oder so wie es aussieht ja guckt euch dann haben wir das schlimmer wird bringt ja einfach ich war damit jetzt mal die die halle rein dann schaue ich mir das mal genau an ja aber gut dass du mal da bist du was geht es denn bin ein bisschen traurig aber auch sauer auch traurig und sauer das ist eine komische kombi erzählen wir hatten vor wochen mal bei euch 20.000 liter kalt 20.000 liter saatgut bestellt und es ist immer noch nicht da echt nicht nein tut mir leid könntest du dich mal darum kümmern bitte 20 20.000 liter saatgut 20.000 liter kalt genau das war es die zwei sachen die wir brauchen können wir direkt dabei bestellen oder ja könnten wir machen ja hast du noch 20.000 liter dünge dabei alles klar mache ich ja ja das wäre cool weil da brauchen wir nicht jedes mal zu dir zu fahren wenn kunden sind und so weiter verstehe ich ja du kannst weiterhin das ist ja gar kein problem könnte mich jemand zurückbringen ja die anadien nimmt da vorne das rote auto vom chef also von mir und dann ja was ist angestellter eines tages links und geputzt werden eines tages links und rechts hoch und runter viel spaß euch beiden gute fahrt danke ich hoffe du wirst nicht sehr schnell see krank eigentlich nicht gut warum die du nicht richtig verlobt riecht es noch nicht süß technik ist allwert bekannt okay wird autoheile wieder kommt ich denke ja ich hoffe mal was ist der neue den wir euch gemacht bestellt haben ja sicher ist der ford ranger erfahrten sind ja da erzähl noch mal wo kommst du denn her ursprünglich wo der letzte stück das ist ja also wie war es warst du überhaupt du hast dich gar nicht abgebildet bei mir das war so kurzfristig das war von eine verantwortung von new holland wegen neuen gps system für drescher ich wollte erst dich geschickt haben aber da warst du dich erreichbar nach wie da kommst du selber schnell weißt du ja aber ich kann dir sagen es war langweilig und b ich werde weiterhin ohne gps dreschen ok ja vom nächsten stich ja was war jetzt hier mit dem schriegel müssen wir jetzt oben mal die kupplung nachgucken ja dieser oberlenker der muss ja ja ich fahr dann mal in der halle rein da guck ich mal du machst das mal weil ich muss noch rechnungen schreiben ja ja mach ruhig weil ich mit dem da warst und deine zeitgenossen hast habe ich hier geld reingeholt ich war auch für die firma unterwegs ja alles gut das habe ich nicht anders behauptet was ist damit im grünen fass was mit einem hoch steht und der traktor mit der spritze das waren unsere freunde vom reberhof also und die spritze die haben haben wir leer gemacht schon mal weil die muss weg ja stimmt muss mehr weiß ja wir dürfen ja nicht mehr spritzen wir müssen ja ja du musst eine hacke anschaffen war genau ich habe die auch schon mal in unsere liste reingeschrieben ja vielleicht möchtest du ja später mal dann gucken und nimmt die hannah mit die kann guten preis aushandeln ja ich merke die habe ich letztens auch zu guido oft geschickt ja aber ist der ist doch verlobt nein ich hätte der mal gesagt ja aber naja er ist halt ein schwerer nöter er brauche teils mann es kommt doch auch so blöde kugel jawohl jetzt raus jo haben wir noch in den irgendwo im lager so eine kugel liegen sicherlich dahin in einem der schränke machte ich guck mal gerade ja hier ist weil dies eine die jetzt da drin war die ist total verrostet gewesen dann werden wir da wohl mal demnächst ein bisschen mehr wie die 40 dran machen müssen ja warte ich schraue die mal gerade machen ich muss mich gerade auf seite legen so ist wieder dran ja perfekt das ist direkt mit dem striegel machte ich tu direkt meine ich lasse wieder in der dose wie die 40 im traktor liegen sehr gute idee doch schon direkt zwei mit nach kurzem 10 50 steine rein ja wie gesagt ich schreibe jetzt mal die rechnungen ja und dann läuft der lachs ich habe auch eine nachricht von renne bekommen ja was mit dem er war letzte woche auch nicht da ja der ist im urlaub er hatte ich versucht anzurufen ok und auch irgendwo mehr wuchs dran und hatte mir nur whatsapp geschrieben dass er jetzt vier wochen urlaub ist weil er noch resturlaub hat ja und war quasi bei dem resturlaub zählt der vertrag von seiner alten firma ja noch weißt du ja ja und dann ist er in vier wochen wieder da ok dass wir dann gucken wir machen nochmal den behalten nochmal hannah behalten aber reden haben wir ja quasi schon angestellt ja gut das kann man ja alles so nun stecken wir den in ahnung frei ja wir werden das sehen wie das läuft eben und was ist auch noch mal drinnen ich habe das nur in rechnung gestellt weil das wort hier einfach also er hat zwar angerufen von wegen ja ich möchte ich wieder was klauen und so weit das bestreitet er ja bis heute aber ich habe dann gesagt nee ist ja in ordnung und dann weil ich ja gesagt habe wir leihen immer mal was aus aber ich finde das echt schon krass ja wie was wo naja ich finde das leihen wirken mittlerweile viel auch alles gut also ich sag mal so geld stinkt nicht klar ist ja vollkommen ok aber schöner wäre es oder mehr geld wäre für uns selber machen würden das ist richtig so meine ich das ja ja nee ich versuche ja auch das oft mit zu verkaufen also da haben wir jetzt keinen platz mehr für den steine sammler und für die doch haben wir müssen bei unserer halle aufräumen tatsächlich ja schon aufgefallen können wir gleich machen wir haben auch noch ein gewicht in der ecke liegen ja das von dem traktor der anna kommt wieder habe ich glaube wir sind gerade hier vorbeigefahren ich habe die erste rechnung fertig klasse und wie vielen aber es sind einige sage ich dir sind einige warte ach ich muss nur noch sieben stück was ich habe jetzt gleich wieder nach oben gekriegt dass die gewicht da oben sind hallo hanna hör mal da kannst du das auto vielleicht woanders hinsetzen kann ich weil direkt in der einfahrt ist ist ein bisschen blöd warte ich zeig dir wo am besten hier hinterm haus hier in der seite es gibt ja so den ein oder anderen raudig ihren reber ach so hallo hannah du kannst direkt sitzen weil wir fahren jetzt mal zum land handel aber du fährst oder nein du musst nein du musst selber fahren ich muss einen anderen traktor mitnehmen ach so ok fritz ja ich stehe neben dir schrei nicht so ja ich fahr jetzt mit der hannah eben kurz runter und hol und bringen die spritze weg ich stelle die hacke sehr gut und wohl den traktor eine methode und noch steht perfekt ja ich ich bin schon mit der nächsten ja alles gut wenn wir das mädchen ja bis nachher bis nachher anna du kannst schon mal bis zum händler vor bis zum land handel vorfahren ich komme nach anna ich muss mich mal vor du bist langsam ja anna ich muss auch mal bis zum langen auf der Straße Nee, bestimmt nicht Ist dir Tinder ausgebrochen? Servus Hier ist gerade voll das Love-Story hier Die alle graben sollen im Van Dijk rum Ist das grausam geworden? Aber auch nur weil ich Hanna kann nicht ab Stefan, du hast so einen geilen Hut Und deine Augen schimmern durch die Sonnenbrille Ich glaube, ich fahr wieder Nimm mich mit Aber sieg, wacht mal ab Die Hanna ist unterwegs nach hier Da wirkt Gido wieder ganz weich Der ist richtig wund Wer ist denn Hanna? Achso, die ist auch noch hier? Ja, die ist auch wieder hier Hatte sie sich eingelegt? Die arbeitet aktuell bei uns Ja, das weiß ich ja Ich hab sie ja zu euch gebracht Ja, ja, ja Und ich muss wohl sagen, Gido Du hast wohl eben verdammt gut geflirtet Ich hab keine Ahnung, wovon ich will Hatte sie eine schwarze Jacke und hatten über die Kermotten? Nee, 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 nee Hatte deine Augen getont? Ich kann gar nicht flirten Doch, das hast du Nee, nee Du musst aber echt nicht rot werden Das haben wir alle gesehen, Gido Ist der Hosen schon echt noch auf? Ich bin extra im Gebüsch gegangen Ja, was willst du? Ich hab nur noch gedacht Sven ist nicht hier, oder? Ach nee, der war letztlich nicht Ich krieg den nicht rein Ich wusste jetzt Kalle hier Kalle! Wovon sagt, ich brauchste ja auch mal ganz, ganz dringend Stefan, einfach wieder voll machen? Äh, nein Nein, verkaufen Da muss ich mal eben um ihr gestellt Ja, sicher doch Wir dürfen doch in Rehbach nicht mehr spritzen Deswegen muss ich die verkaufen Ach so War es doch in Rehbach nicht mehr? Ja, davon höre ich die erste Wahl Also mir wurde vom Fritz-Charakter gesagt, wir dürfen hier in Rehbach nicht mehr spritzen Okay Dann sagst du gar die Frau Dijk Wo ist sie da hinten? Der Kleid hat den gerade mehr Ziergfried Ich sag's euch so wie es ist, ihr spritzt die rum Da sag ich euch so wie es ist Ich spritzt was ganz anderes Das weißt du, ne? Der einzige, der hier abspritzt ist der Gido bei der Äh Äh Bei der Emma und bei der Hanna Ja, Hanna ist wie gesagt unterwegs nach hier Hab ich hoffen Das sind Dinger, von denen ich nicht gehört hätte Und da fragt man sich noch warum Mango abgehauen ist Ja Wie Mango ist abgehauen Was ist dieser Köter überhaupt? Ich weiß nicht Ich hab da die Idee Kannst du die Geräte dann einfach Vergiss das Stefan Ich komm direkt wieder Ja, ja Ich muss mal ins Büro Zu Kalle, wir hören uns, ne? Ja, ich mach das mit Stefan mit der Spritze Ja, mach das Ey, mach es einfacher Runter, wo bist denn du? Runter Soll ich? Ja Hier, ja Wie gesagt, wir wollen die Kombi verkaufen Aber wir hätten einen guten Preis dafür, bitte Okay, braucht ihr stattdessen einen Striegel oder sowas Um trotzdem euer Unkraut wegzubekommen? Eine Hacke Eine Hacke? Ja, ist in der Striegel Kategorie mit drin Neun Meter Sekunde, ich kann direkt sagen, welche Ja Und zwar die im Katalog die zweite, die Roupas 590 plus Roupas Die für 51.000 51 für 9 Meter Ja Warum genau die? Die Fritz hatte die aus dem Katalog rausgesucht Warum? Kann ich dir genau nicht sagen Wie gesagt, ich war nicht da Ich will die aber auch gar nicht so schnell von Von der Bewertung her bei Logel Oder wie das da heißt Okay Hier ist es halt wirklich kleines und mittleres Unkraut Damit Naja Wie gesagt, da wir wohl nicht mehr hier den Rehbau spritzen dürfen Na Das Mädchen auch noch Ja, dann macht das sicher Sinn Ja Ja Ja, cool Ja, besorgen wir euch Kann ich mich gleich darum kümmern Ja Magst du die Sachen einfach da abstellen Und ich Wartei es da abstellen Entweder hier oder in der Halle, wo du willst Ich kann die auch hin und her fahren Am besten dann in der Halle, willst du sagen, ne? Ja 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 Ich halte frei Ich hab die Hanna mit Haar Direkt hier die Mitte rein? Ja, genau Dann lass den mal runter, dann koppel ich den gleich ab Ja, dann warte ich von noch ein Stück rein Ah, hier läuft alles schon Da strebe ich eben Aber den stelle ich direkt davor Ich stelle ihn aber an die Seite Ja Machst du es die Beine oder ich? Ja, einer von den Speisen kann das abkoppeln Ja Ja Gemacht Wuppala Mit der kannst du jetzt mal einen guten Preis ausmachen Was wir für die Spritze kriegen Ja, das können wir machen, aber die hat ja auch noch ein Auto hier Das schwarze Auto hier ist ja auch von der Hanna Achso Das hier Ja Ich komm gleich wieder Ich komm gleich, und zwar zu Fuß Nein, ähm Derjenige den Traktor wird einfach am Hof hinstellen Jo Sag dem Fritz Bescheid, ich komm gleich mit wein anderem wieder Äh, das war Reberhof und ne? Ich raue dich gleich L.U. 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 ich wirklich jetzt ab weil ich muss hier mal ganz dringendes geschäft bei uns im wartet zum anledigen ich habe viel erfolgt david bleibt mal vorne an der straße stehen ich nehme dich jetzt mit alles klar mit also mit dem traktor stehen bleiben vor und dann brauchst du nicht runterlaufen alles klar ich mache hier auf dich aus der lange ich komme wort ich höre den fänden motor schon hier soll die seite hier kommen bis zu mir gefahren steigt mal kurz aus und ich habe wieder ein ich nehme dich jetzt müssen wir schnell was holen damit man das auto von hannah wegkriegen weißte da vom transport und der bescheuert hat keiner da ist da einfach so klein tieplade das wäre für euch am landhandel auch meine anschaffung so kleinere transporte wenn der typ mal nicht da ist ich komme ja ja danke dir das sieht so komisch aus mit dem trecker mit den dünnen reifen weißt du ob der unter haze die hacke schon gestellt hat er war dabei ja wir brauchen die auf jeden fall dringend ich weiß nicht ob wir jetzt schon bestellt hatte aber aber er hat sich drüber gemacht weil wir haben nämlich noch öffene aufträge und da bevor man nach einem man sagt kriegen dass man trotzdem noch spritzen haben wir uns jetzt quasi darauf geeignet das ganze quatsch zu verkaufen und schnell möglichst jacke zu kriegen dann können wir gleich wieder reparieren das neue war nur der reifen sagte kann der gut noch nicht straßen mal zu fahren dazu so wieder da müssen wir noch ein bisschen weiter die ganze meine straße muss so rein gehen ja ich glaube schon war hier linken seite da die straße unter an der zuckerfabrik hier müssen wir zu mal geht wieder ordentlich der vento ja das ist eine bombe so dass man nach oben geht ja wir haben noch für die spritze nein ist der preis den ihr zahlen müsst wenn ihr das neue ding haben wollte und das abgibt 32 kriege ich nicht hin weil wir warten nämlich schon seit monaten auf lieferungen von euch hannah warum läufst du jetzt weg ja weil ich zu emma wollte ach so weil wir schon auf lieferungen von euch von kalt und saatgut warten seit monaten ok machen wir 32 dafür kümmere ich mich direkt heute um den kram ja und kalt und saatgut kark und saaten weißt du zufällig wie viel war ich kann nicht hier in unsere bücher kalt 20.000 liter sagt du 20.000 liter und dünger 20.000 liter ich schreibe es der zum streuer spritz natürlich nicht zum streuer spritz natürlich nicht wenn du schon irgendetwas bezahlt nein ok wenn ihr eine rechnung stellt denkt dran wir kriegen prozente ja da sage ich dem guido vorher bescheid bevor ich da irgendwas mache alles klar dann schlägt das autobahn heim auf und dann bin ich auch direkt wieder weg perfekt ich kümmere mich darum dass die anderen sachen weg kommen ja und der die der striegel den brauchen wir dringend ja ich kümmere mich sofort um das ist sehr lieb von dir gunther vorsicht vorsicht nicht überfahren lassen nirgends oh das so auto riecht aber komisch ähm stefan ja habt ihr silo wo man den kram reinkippt ja hammer ok alles da perfekt alles gleich dann bin ich wieder weg jo tschau bis später tschau danke für das bild fritz ja ja die wollten uns zuerst 35.000 noch sagen quasi was wir zu bezahlen haben was ja also die spritze verkaufen und noch den striegel kaufen ne ja 35 und da habe ich aber auch gesagt 32 weil wir jetzt seit Monaten auf das Saatgut und so weiter warten ja 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 ist deutsch sehr gut sehr gut ich will doch wieder zurück mit kann das auto auch das ist sehr gut mit dem 700er und dem 700er Perfekt 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 und dann schnack oder also ja 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 Vielen Dank. Ah, Stefan. Hi. Ah, ne, ich helfe dir. Ne, ich will nur abkuppeln und so weiter. Hanja, Hanja, gleich selber runterfahren. Wir fahren jetzt mal zum Rehbachhof. Was machst du? Wir fahren jetzt mal zum Rehbachhof. Warum? Ich will die 10.000 Euro Rechnung geklärt haben. Jo, ich komm mit. Ja, ich mach nur Gewicht dran, alles cool. Ah, die Tür da auf. Der Dicke muss auch mit rein. Ach. So. So, sollen wir die Tür offen lassen oder was? Ja, du sitzt, ich komm an den Griff nicht dran. Ja, ich auch nicht. Ja, na, lass mal offen. Ne, warte bitte. Safety first. So funktioniert es doch nicht. Sag. Du bist doch schmal genug, um da durchzumachen, wenn du einsteigst. Ja. Also. Hoffentlich ist es jetzt einer von denen am Hof. Lebt denn mein Auto noch? Er steht im Landtunnel, ja, ja. Unser Auto lebt noch. Mein Auto lebt also noch, sehr gut. Unser Auto lebt, ja. Was denkst du, was das für ein Akt war, dieses Auto? Warum? Also dieser Gunther, ne, der ist ja sehr nett. Ja. Aber ich hab ihm dreimal gesagt, was ich möchte. Ja. Dann kommt der erst mal mit einem völlig falschen Kennzeichen. Mhm. Obwohl ich schon angemeldet hatte. Ja. Hab ich übrigens auch schon alles erledigt. Ja. Dann. War falsche Rundumlicht obendrauf. Ich sag, Mensch, ich will doch nicht so ein hohes Ding in, wo wir einen CW-Wert von der Schrankwand haben. Ich will so ein flaches Teil. Hab ich dir doch gesagt. Wo sind die Frontblitzer? Ja, sagt er. Jetzt müssen wir das dreimal nacharbeiten. Ich sag, ja. Das ist ja aber schuld. Hätten sie direkt richtig gemacht. Ja. Soll ich mal gucken, wo einer von denen ist. Direkt hier. Warte. Der hier. Ja. Servus. Mude. Moin. Hallo. So, Sigi. Ja, bitte. Wir müssen mal quatschen. Achso. Wer steht denn da hinter mir? Und zwar. Achso, die Aktion mit dem Stein ist noch mal da mitgekriegt. Ja. Werde ich jetzt? Ich hab aktuell auch einen am Laufen hier. Unsere. Unsere. Den Bolleck mitgenommen hat er. Genau. Ja. Nee. Nein, das war nicht der Bolleck, das war der Benjamin. Stimmt, Benjamin, genau. Nee, nee, also ich war mit Bolleck oben beim Guido. Ja. Und dann sind plötzlich alle weggefahren und ich im Feuerwehreinsatz. Ja. Und dann hieß es ja, ihr könnt unsere Stein gerade nicht sammeln, weil das Ding noch nicht da wäre. Da stand er da. Und unser war bei Guido, aber den konnten wir nicht nehmen, weil der von dem Ahnhofbesitzer von den Neuen beschädigt wurde. Das musste jetzt erstmal in Gutachtung von Guido bestätigt werden. Du weißt, wie schnell der arbeitet. Ja, 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 klar. Und dann hab ich spaßsalber zu Bolleck gesagt, ey, Bolleck, lass aber den nehmen. Und dann bin ich weitergefahren. Und irgendwann hieß es plötzlich, dass Benjamin, also ja und Dings hier anfing, der Stein zu mich soll. Ich hab das super. Ja. Und ich geh davon aus, dass Bolleck vielleicht im eifertes Gefecht sich gedacht hat, ja, nimm ich den mit. Dann machen wir halt eben alleine. Du kennst ihn ja. Bolleck will ja immer schnell, schnell, schnell. Das Problem ist nämlich, wir hatten deswegen auch eine größere Rechnung zu bezahlen. Okay. Weil halt auch was dran kaputt war von knapp 20.000 oder 25.000 Euro, ne? Ich hatte ja die Sache mit Bolleck gehabt. Kannst ja noch dran erinnern, ne? Mit dem Fuß, ja, ja, klar. Ja. Ne? Er meinte zwar zu mir, pass auf, wir vergessen das, du hast mich überfahren, wir haben den Steinensammler einfach genommen, aber das kann ich nicht so einfach vergessen, Sigi. Weil das ja auch jetzt geht es finanziell in uns dran, weißt du? Ja. Und deswegen haben wir gedacht, wir kommen dir ein bisschen, oder euch ein bisschen entgegen, zahlt uns 10.000 und die Sache ist gegessen. Ja, gut, wir haben ihn ja genommen. Ist halt nicht, dass der plötzlich auf dem Feld stand. Den haben wir ja mit, also wahrscheinlich Bolleck haben wir wahrscheinlich einfach mitgenommen. Ja, eben, weil, ne, wir hatten ja auch gerade euch diesen Ausfall, den Ausfall. Ne. Also wenn du damit einverstanden wärst. Ja, was soll ich auch noch sagen, ich mein, wenn es blöd läuft, kann ich auch ein bisschen alles bezahlen. Ich mein, da kann welcher mit der Hälfte gut bedient. Ja, ja, klar. Ich war schon so. Die hätten wir gestellt schon. Ich wollte gerade sagen, die Rechnung hatten wir schon gestellt in der Hoffnung, weil eigentlich bist du so sozial und kommst bei sowas immer gut entgegen. Ja, ich hab ja, was für eine Möglichkeit habe ich? Ich kann mich dagegen wehren. Ja, ja, klar. Ja, das ist der Standort auf dem Feld und wurde von uns benutzt. Da kann ich ja nicht sagen, der hat, der hat es, äh, wohin teleportiert von Freezio oder von... Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Ja, also ich sag mal so, du könntest das schon machen, das hat vielleicht der Mitarbeiter auch so gemacht, weil wir haben mit ihm gesprochen und er so, ne, ich hab den ja gar nicht benutzt. Nein, benutzt worden ist er ja, ich mein... Es wurde gesehen, ich hab ihn dabei quasi erwischt, Anführungszeichen. Ja, ich hab's ja selber gesehen, dass er von uns benutzt wurde. Ich mein, unser Stand bei Guido in der Werkstatt, beziehungsweise noch am Hof, da sollte er nicht benutzt werden. Ja. Ja, und dementsprechend, es gab nur unseren Stein, sag mal hier in der Stadt, beziehungsweise dann euren neuen, also... Der noch nicht offiziell zu dem Zeitpunkt halt auch übergeben war, ne? Ich hab ihn da ja auch stehen sehen, ich hab dazu Bolleck ja auch gesagt, nehmen wir aber den. Aber ich hab ja nicht gedacht, dass Bolleck dann... Ja, ich würde mal behaupten, du hast es eher als Scherz gemeint in dem Zeitpunkt. Ja, wir wollten auch das Feld fertig kriegen, das war halt, weil unser ja durch diese Blutaktion von den neuen Leuten auf dem Arno still stand und wir mussten halt an dem Tag fertig werden. Ja. Ja. Aber, äh... Jetzt ja Guido, bis der was dann zu Potte kommt, dann dachten wir, dann ja. Aber wie das weitergeht, Sigi, das sehen wir in der nächsten Folge, ne? Das geht raus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut auf jeden Fall bei den anderen von den Sides auch vorbei, besonders beim Sigi, er macht auch immer sehr geile Videos. Und bei Modbox, das ist... Du musst jeden Tag da reinzuschauen. Also, Christian, ich muss sagen, top. Ja, musst du ein paar Mal auch mit erwähnen. Ja, stimmt, ein paar Mal auch, aber ne? Ihr beide macht das super. Das freut uns. Ja. Vielleicht sieht man mich auch irgendwann nochmal, wenn eine Folge Mod Online kommt. Aber, äh, ansonsten, schaut bei Modbox vorbei, schaut bei den anderen Sides auch vorbei, schaut bei Tino Fiese vorbei, und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüss! Ciao! 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 Ciao!